Hallo und herzlich Willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir 5 chinesische Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir uns die einzelnen Aktien anschauen, schauen wir uns zuerst mal den Hang Seng Index an. Das ist auch die Ansicht, die wir uns in den täglichen News Videos in der Regel anschauen. Und zwar ist hier einfach jetzt kriegsentscheidend, ob auch die aktuellen Levels bei diesen Einzelaktien halten können oder ob es eben letzten Endes nochmal eine Stufe tiefer geht. Wir werden auch gleich sehen, dass das technisch durchaus Sinn macht, ist die Tatsache, ob der Hang Seng Index sich jetzt hier festbeißen kann an den 18.000 Punkten. Ob das jetzt hier zuletzt das kleine Kapitulationstief war und zwar unter das 50er Fibonacci Aussicht der Rallye unter die 50-Tage-Linie. Und vor allen Dingen noch wesentlich wichtiger unter diese so wichtigen 18.000 Punkte. Und da müssen wir weit nach links gehen, dass wir sehen, woher das Level kommt aus dem Jahr 2016. Nämlich das war ganz knallharter Support. Und wenn der Hang Seng Index das hier schaffen sollte, dieses Level nach einer kleinen Bärenfalle zurückzuerobern als Projektion, wenn wir folgendes bekommen, eine Rallye in Richtung 20-Tage-Linie in Richtung 18.500, dann gerne auch nochmal einen Pullback, um das Ganze zu bestätigen. Dann baut sich hier nämlich eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Letzten Endes Target dann hätte eine Rallye zurück in Richtung der 19.500. Und von hier können wir dann den übergeordneten großen Aufwärtstrend fortsetzen. Das ist das, was die Bullen jetzt kurzfristig sehen wollen. Wenn die Bären hier nochmal am Drücker bleiben und vor allen Dingen, wenn die 18.000 Punkte wirklich gebrochen werden sollten, wenn es dann vor allen Dingen auch Tagesschlusskurse gibt unter der 50-Tage-Linie, die aktuell genau läuft bei 17.900 und 55 Punkte. Der 20er-Schnitt im 8-Stunden-Chart, der hier die Rallye so schön getragen hat, läuft genau bei 17.998. Der aktuelle Kurs ist bei 18.015. Das ist unglaublich spannend, dieses Level, das wir gerade angeschaut haben aus 2016, ist ganz genau bei 18.037. Das hier ist der Make-or-Break-Bereich. Und wenn wir nochmal Widerstand sehen sollten, dann müssen wir mit einem Washout rechnen. In Richtung der 17.000 Punkte, dort testen wir allerdings dann die 200-Tage-Linie und den Aufwärtstrend seit Jahresanfang als Support. Und das sehe ich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch als sehr schöne Kaufzone an Fallen. Dingen, weil wir dann hier auch den Breakout aus dem großen Abwärtstrend als Support testen würden. Kurzfristige Make-or-Break-Zone ist hier der Bereich zwischen 18.000 und 18.100. Sehen wir hier den Breakout. Kann die Korrektur im Hang Seng Index vorbei sein? Gibt es hier nochmal den Washout? Hat der Hang Seng Index und eben auch die Einzelaktien. Der Index nochmal zwischen 4 und 6 Prozent Downside. Und was die einzelnen Aktien dann nochmal Downside-Potenzial hätten, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommt zu Alibaba. Aktuelle Marktkapitalisierung 168 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3. Ein derzeitiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17. Bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,4. Einer erwarteten Dividendenrendite von ca. 1,5 Prozent. Und einer Shortquote von ca. 2,3 Prozent. Baba schauen wir uns zuerst mal im langfristigen Chartverlauf an zurück bis 2016. Die auf dem Kanal schon länger mit dabei sind, die kennen diesen Chart. Die Aktie konsolidiert aktuell genau in der Zone, in der wir zwischen 2015 und 2016 ebenfalls konsolidiert haben. Und vor allen Dingen der Breakout. Und der ist aktuell auch so wichtig. Die Zone müssen wir unbedingt auf dem Schirm haben weiterhin. Die 86 bis 90 US-Dollar. Das war damals hier dieser letzte Backtest nochmal. Und danach konnte der chinesische Bullenmarkt so richtig Fahrt aufnehmen. Und auch Alibaba natürlich eine wahnsinnige Performance rausholen. Ans Allzeithoch ist die Aktie dann gestiegen um insgesamt 270 Prozent. Wir handeln Alibaba derzeit mit 75 US-Dollar. Knapp 74,40 Dollar. Mein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bleibt im Bereich zwischen 155 und 220 US-Dollar. Was Alibaba zwischen 90 und 100 Prozent und 180 Prozent an der Oberseite Potenzial hier einräumt. Wichtig ist aber auch, das schauen wir uns gleich im nächsten Clip an, die Aktie schafft hier noch nicht den Breakout. Die Aktie ist jetzt auch bereits unter die 200-Tage-Linie gefallen. Und das zeigt uns einfach, wie eng diese Aktien auch an der Leine laufen des chinesischen Aktienmarkts. Dort braucht es den Breakout über die 18.000 Punkte im Hang Seng Index, damit diese Aktien einfach auch wieder Fuß fassen können. Und deswegen wird es sehr, sehr spannend sein, dass wir uns die aktuelle Preis-Action bei Alibaba in den kommenden Tagen und Wochen ganz genau anschauen. Aus Sicht dieses letzten Tiefs hier im April ist uns Baba jetzt durch das 61er und 65er Fibonacci gerutscht. Das war hier die Preis-Action vergangenen Donnerstag. Und ihr seht auch gleich, wie es dann rutschig wird zur Downside. Und jetzt sehen wir letzten Endes hier die Aktie genau auf den 73 US-Dollar. Das ist ein weiteres ganz wichtiges Level. Das war beispielsweise genau das Tief im Jahr 2022 im März. Und auch damals in dieser Konsolidierung zwischen 2014 und 2016 war das ein wichtiges Level. Wenn wir hier nochmal drunter brechen sollten, eben im Falle noch weiterer Downside im Hang Seng Index, dann müssen wir uns mit auseinandersetzen, dass eben auch Alibaba genau diese 6 bis 8 Prozent Downside hat. Hier dann eben entsprechend in dem Bereich zwischen 72 und 69 US-Dollar nochmal konsolidieren kann. Und ich muss aber auch dazu sagen, bei Alibaba gehe ich davon aus, möglicherweise eben auch am chinesischen Markt, da stimmt dann vielleicht doch was nicht mit dieser Rallye. Das muss man immer auf dem Z-Lamme in China, wenn diese steigenden Tiefs brechen sollten, wenn Baba hier diesen Aufwärtstrend rausnehmen sollte, wenn es hier irgendwie sowas gibt, einen richtig harten Abverkauf, der danach nicht mehr über diese Levels drüber kommt. Dann müssen wir sogar mit Allzeit-Tiefs rechnen bei Alibaba. Und das wäre dann hier die Zielzone zwischen 62 und dann eben 54 US-Dollar zur Downside. Alibaba ist hier hart am Korrigieren. Der Tagesschart ist hier noch nicht überverkauft. Der Achtstunden-Chart knapp auch nicht. Aber wenn es hier nochmal diese 7 Prozent Downside geben sollte, dann bekommen wir auch Alibaba im Tagesschart überverkauft, Achtstunden-Chart überverkauft. Und ich muss wirklich dazu sagen, das gilt für den Hang Seng Index und für die Einzelaktien. Mein absolutes Primär-Szenario ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass das hier nochmal hält. Und dass wir vor allen Dingen mit diesem, das ist so ein aggressiver Sell-Off und vor allen Dingen, das ist eine spannende Aktie, eine fundamental solide Aktie, einen schönen Aufwärtstrend hier aus steigenden Hochs und steigenden Tiefs, dass dieser Bereich ist absolutes Primär-Szenario derzeit, dass der Bereich tiefstens zwischen 70 und 68,50 Dollar, dass das hier wirklich nochmal als Support genutzt wird und auch herhält tiefstens als Breakout für den Abwärtstrend. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Kommt zu Baidu, aktuelle Marktkapitalisierung 26,5 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 1,4, ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 12 bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 7,6 und einer aktuellen Shortquote von ca. 2%. Bei Baidu schauen wir uns zuerst mal den längerfristigen Chart an, zurück bis 2016 und hier muss man wirklich sagen, Baidu kriegen wir aktuell an den Multi-Jahrestiefs und zwar ist das diese Zone zwischen 100 US-Dollar an der Oberseite und an der Unterseite, muss man ganz klar sagen, hat die Aktie hier im Oktober 2022 ein Multi-Jahrestief abgeholt bei 73 US-Dollar. Aber aktuell handeln wir Baidu bei 91 US-Dollar, hier ein interessantes Pattern, die Aktie überverkauft und ich muss auch wirklich dazu sagen, ich finde die wahnsinnig spannend, aber der chinesische Aktienmarkt eher nicht aktuell, denn man muss wirklich sagen, die Aktie ist unglaublich schwach, vor allen Dingen auch in der aktuellen Marktphase sehr stark unter die Räder gekommen, hat sich auch zuletzt eine Widerstandszone abgeholt und zwar hier bei der 200-Tage-Linie ganz kritisch abgeprallt, von hier auch nochmal deutlich nach unten gedrückt worden. Ich bleibe aber bei meinem mittelfristigen Kursziel für Baidu, vor allen Dingen, wenn der chinesische Aktienmarkt bullish bleibt, sehe ich hier oben die Golden Zone im Rahmen von der Gegenbewegung, vor allen Dingen auf der linken Seite, vor allen Dingen hier den Bereich zwischen 220 und 260 US-Dollar. Und das gibt dieser Aktie, die vor allen Dingen auch im KI-Bereich sehr, sehr spannend unterwegs ist, zwischen, ja man muss sagen, 98, potenziell sogar 170% Aufwärtspotenzial wichtig, ist aber auch im absoluten Extremfall, aber das gilt ohnehin auch für den chinesischen Aktienmarkt, keine Kurse unter dem 2022er-Tief, wo wir die Aktie aber eigentlich hier in dieser Art, in der aktuellen Konsolidierung nicht mehr drunter sehen wollen, da schauen wir uns jetzt im nächsten Clip noch an. Und zwar ist das im Prinzip aus Sicht des 2022er-Tiefs unter dem 88er-Fibonacci, das muss man ganz klar sagen, die Aktie blutet jetzt hier brutal aus, du hast jetzt hier seit der 200-Tage-Linie verloren um 22%, du hast den Tagesschart, der überverkauft ist, du hast den 8-Stunden-Chart, der ebenfalls überverkauft ist, der Markt muss jetzt hier zugreifen und das 88er-Fibonacci ganz genau, das wäre hier von dem Tief im Oktober, wenn wir uns hier die Harmonic einstellen, im Bereich so 82 bis 85 US-Dollar, das würde ich hier wirklich als gewisse Make-or-Break-Zone mal einzeichnen für Baidu. Interessant ist, dass unser Harmonic-Scanner hier ein ziemlich abstraktes Deep-Grab-Pattern rausgefischt hat, aber man muss sagen, es ist hier valide, wir haben hier durchaus einen klaren Ankerpunkt, ein tiefes B und jetzt hier unten das 161er auf der C und das trifft hier auch zusammen mit unserer Zielzone, die wir dann im Rahmen von dieser großen Harmonic ohnehin auf dem Schirm hatten. Also Baidu sollte derzeit definitiv auf eurer Watchlist sein. Wer hier komplett konservativ vorgehen möchte, der muss im Prinzip halt dann den Breakout abwarten und schauen, wie die Aktie über der 100 US-Dollar-Marke im Idealfall dann auch über der 200-Tage-Linie handelt, aber wer hier sagt, ich möchte hier möglicherweise auch mal einen Dip kaufen, wer hier möglicherweise davon ausgeht, dass die Aktie mittel- bis langfristig durchaus den Turnaround schaffen kann, der schaut sich die Zone an zwischen den aktuellen Kursen, 90 US-Dollar und wenn sie nochmal hier circa, das wäre eben im Falle von einer weiteren China-Korrektur nochmal zwischen 6 und 10% verliert, dann muss man sagen, wird das Chance-Risiko-Verhältnis vor allen Dingen auch nochmal deutlich interessanter. Unter dem 2022er Tief, muss ich aber auch ganz klar dazu sagen, möchte ich dann mit der Aktie eher nichts zu tun haben. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommt zu JD.com, aktuelle Marktkapitalisierung, 40 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3, ein derzeitiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 und einer aktuellen Dividendenrendite von circa 2,5% bei einer Shortquote von circa 2,7%. JD.com schauen wir uns zuerst mal im etwas längerfristigen Bild an und zwar zurück bis 2016, 2017. Dieser Abwärtstrend ist wichtig. Der verbindet bislang jedes Allzeittief miteinander, muss man wirklich sagen, ist sehr spektakulär. Würde uns gegebenenfalls anzeigen, dass hier nochmal eine Kapitulation bevorstehen kann. Aber bei JD.com ist aktuell auch ein sehr schöner Aufwärtstrend intakt, vor allen Dingen hier auch seit Januar 2024 zuerst seitwärts und danach in einer sehr schönen Aufwärtsformation hier Impuls-Korrektiv-Impuls. Aktuell korrigieren wir ein bisschen schärfer ab bei JD.com. Wir sind noch über einem sehr, sehr wichtigen Level. Hier ist auch noch ein bisschen Downside-Potenzial vorhanden und wir haben dieses sehr, sehr wichtige Level von 28,30 Dollar, auch zum jetzigen Zeitpunkt 28,10 Dollar, auch noch nicht angetestet. Hier ist auch die 200-Tage-Linie in etwa noch etwas tiefer bei JD.com. Wie das Ganze im lokalen Bild aussieht aktuell, ob wir hier vielleicht schon den Breakout gesehen haben oder auch bei JD noch etwas vorsichtig sein müssen, da schauen wir uns gleich im nächsten Clip an und in einem übergeordnet bullish bleibenden Hang Seng-Index und chinesischen Aktienmarkt und vor allen Dingen, wenn JD den Breakout endlich schafft aus diesem wichtigen Abwärtstrend, ist mein mittel- bis langfristiges Kursziel hier zu sehen zwischen 54 und 74 US-Dollar. Und das würde uns aus Sicht der aktuellen Levels bei JD auch anzeigen zwischen 84 und potenziell 160 Prozent Aufwärtspotenzial. Und im aktuellen Bild sehen wir noch die Projektion bei JD.com vom letzten Video. Ich habe hier noch diesen Washout auf die 200-Tage-Linie auf dem Schirm und der kann auch jederzeit noch kommen. Ich nehme die Projektion jetzt mal raus, damit wir uns hier das aktuelle Pattern anschauen können, das JD hier ausbaut. Ich nehme auch gleich diese beiden Trends mal raus, der Übersichtlichkeit halber, weil das ist hier sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, dass hier ein wunderschönes Falling Wedge sich aktuell baut. Wir nehmen den Abwärtstrend raus, weil es ohnehin wichtig ist, dass wir aus diesem Falling Wedge ausbrechen. Den Aufwärtstrend können wir eigentlich drin lassen. Der signalisiert uns nämlich sehr, sehr schön, dass wir hier zum einen noch ein bisschen Platz hätten, sogar in diesem Falling Wedge für einen Washout. Wir wissen, wie sich sowas dann gerne verhält, wenn du diesen Fakedown bekommst unter ein Falling Wedge. Danach gibt es gerne ein hartes Reversal und das wäre dann die Projektion, die uns JD.com zeigen sollte. Es war zuletzt eher eine der bullischeren Aktien, also müssen wir hier auch mit einem hohen Anspruch rangehen. Und ich möchte hier im Prinzip überschneidungsfrei bleiben. Wenn wir hier das tief ankern, erster Impuls, Rücksetzer, zweiter Impuls, überschneidungsfrei bleiben wir. Wenn diese Tops hier, darf sie anfischen mit einem WIC, aber wir wollen sie nicht brechen. Und das zeigt uns auch an, dass wir nicht unter die 200-Tage-Linie fallen wollen bei JD.com. Also keine Kurse unter 27,50. Das wäre ein Warnsignal, muss man wirklich ganz klar dazu sagen. Und was wir hier dann kurz bis mittelfristig sehen wollen, gerne nochmal diese Kapitulation. Das muss man immer auf dem Schirm haben. Aber dann letzten Endes eben diese Projektion, dass wir dann nach dem Fakedown unter dieses Falling Wedge gerne wieder zurückkommen. Über diesen großen Aufwärtstrend. Man kann sich hier auch die Ziellinie mal einzeichnen. Und das würde uns dann in etwa zum Apex genau das anzeigen, dass hier letzten Endes noch eine Kapitulation bekommen kann. Und dann aber ein hartes Reversal folgen sollte. Und wenn wir dann wirklich im Rahmen des Apex hier die Ziellinie abholen, dann wäre das ganz genau dieses Szenario, dass wir hier drunter fallen nochmal kurz. Das wäre auch hier bei JD.com nochmal ein Washout-Potenzial. Ja, um die gleichen 5 bis 7 Prozent. Die Aktie war zuletzt stärker, deswegen hier nur 5 bis 6 Prozent. Möglicherweise auch ein bisschen besser dann im finalen Dip am Hang Seng Index. Nur unter der 200-Tage-Linie möchte ich die Aktie eher nicht mehr sehen, weil du dann auch ganz schnell in so einer Nummer drin bist. Linke Schulter, Kopf, dann kommst du hier runter. Dann kriegst du nochmal eine schwache Rallye zurück an die 28.10. Ja, was bauen wir denn hier? Eine gewaltige SKS. Und dann muss man sagen, muss man auch das gesamte Bullcase oder den gesamten Bullcase in China hinterfragen. Aber hier ist auch alles intakt und vor allen Dingen auch eine sehr schöne Struktur. Jetzt hat JD.com nochmal die Chance hier abzudippen auf die 200-Tage-Linie. Das wäre auch ein Kaufzeitpunkt, muss man wirklich dazu sagen. Nur drunter mit Stop natürlich. Tagesschlusskurse wollen wir eher nicht mehr sehen. Auf der linken Seite ist hier auch eine kleine Kurslücke. Die wäre dann auch noch geschlossen. Und dann braucht es dieses harte Reversal und die Zielzone von dieser oder die Ziellinie von diesem Falling-Bedge. Wäre dann letzten Endes hier genau die Erfüllung von dieser Projektion, dass wir dann hier wieder ranlaufen an die 30 US-Dollar und vor allen Dingen diesen Aufwärtstrend zurückerobern, um dann im Rahmen von diesem Aufwärtstrend idealerweise aus dem großen Abwärtstrend auch auszubrechen. Kommt zu Tencent. Aktuelle Marktkapitalisierung. 450 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 5,2. Ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 16. Bei einer aktuellen Dividendenrendite von ca. 1%. Vor der Tencent-Analyse erstmal der Wechselkurs, damit ihr die genannten Kurse in Hongkong-Dollar in Euro umrechnen könnt, müsst ihr sie durch 8,4 teilen. Tencent schauen wir uns zuerst mal im Chartverlauf zurück bis 2018. Und ich denke, hier wird auf den ersten Blick diese wichtige Widerstandszone klar. Und zwar zwischen 416 und etwa 440 Hongkong-Dollar. Da gab es Widerstand im Februar 2023. Danach gab es eine Korrektur. Insgesamt allerdings ein wunderschönes, höheres Tief als am Tief im Oktober 2022. Mir gefällt die Aktie technisch auch durchaus gut. Unser Harmonic-Scanner sieht jetzt hier ein Shark-Pattern aktuell. Ein Verkaufssignal. Und zwar diese Formation hier. Doppelboden. Und hier oben das 88er Fibonacci. Und ich muss sagen, das reagiert hier auch derzeit perfekt. Und bei Tencent ist eher die Frage, ob der Hang Seng-Index nochmal abkorrigiert. Ob Tencent hier im Rahmen von diesem Shark-Verkaufssignal ein bisschen tiefer abdippt auf die 50-Tage-Linie. Das wäre nochmal ein Minus hier von etwa 6% im Extremfall. Aber das würde eigentlich auch nicht zusammenpassen mit einem Hang Seng-Index, der hier maximal 5-6% Downside hat. Das ist hier unten die 200-Tage-Linie bei Tencent. Das wäre hier nochmal 17% Downside. Also man sieht, die Aktie hat auch einen größeren Bild, deutliches Potenzial. Dann sich nochmal ein höheres Tief abzuholen. Selbst wenn es im Hang Seng-Index richtig ungemütlich werden sollte, hätte hier Tencent sogar noch mittelfristig ein bullisches Bild im Chart. Aber ich rechne damit, dass hier bei der 50-Tage-Linie diese Korrektur abgeschlossen sein dürfte. Das wären etwa 356 Hongkong-Dollar. Das wären aus aktueller Sicht hier nochmal in etwa 5-7% Abwärtspotenzial. Und dann müsste sich insgesamt allerdings dieser Aufwärtstrend nicht nur fortsetzen, sondern auch gerne wieder beschleunigen. Wir hatten hier ein Tief, ein hoch, ein deutlich höheres Tief. Jetzt haben wir hier eben diese Harmonic abgeschlossen, sind hier in dieser Widerstandszone, sind von der gesamten Downside am 38er Fibonacci. Das heißt, er darf hier dippen, der darf sich abkühlen. Er hat sich auch schon abgekühlt vom Verkaufssignal ans Tief. Gab es bereits ein Minus von 10,5%. Und jetzt muss man sich das Ganze hier eben anschauen. Wir sehen hier auch bereits lokal einen kleinen Abwärtstrend im Chart. Den können wir uns auch einzeichnen. Gerne auch einen Preisalarm, größer als. Dann haben wir hier meiner Meinung nach ein Signal, dass diese Korrektur abgeschlossen sein dürfte. Und dann möchte ich folgendes sehen. Nach so einer, ich sage jetzt mal, Zwischen-Harmonic hier im Rahmen von einem Aufwärtstrend, gerne ein milder Dip und dann gerne explosiv ansteigen. Und zwar zurück über die 416, über dieses Level, was wir zuletzt gesehen haben im Januar 23, um dann eben auch diese 440 rauszunehmen. Knapp drüber müssen wir nochmal ein bisschen vorsichtig sein. Hier auf der linken Seite Liquidität und dieses 50er Fibonacci. Also das wird hier nochmal so ein bisschen ein zäher Kampf. Und danach gehen wir direkt in Richtung 61er und 65er Fibonacci bei Tencent. Prozentual, dort muss man erstmal mit einem Ziel rechnen, wären es dann zwischen 36 und 40%. Und wenn die richtig bullish wird, dann zwischen 60 und 70%. Und dann würde sich letzten Endes hier im großen Bild eine Harmonic aufbauen. Und zwar runter aufs A, ein 44er B. Dann haben wir hier in etwa ein 71er Retracement auf der C. Und dann letzten Endes jetzt hier, wir sind hier in der Impulswelle. Und das wäre dann letzten Endes diese Harmonic mit Target, etwa 650 Hongkong-Dollar. Und das wären dann, wie gesagt, aus aktueller Sicht bis zu 75% noch Aufwärtspotenzial bei. Tencent aktuell, Kurse unter der 50-Tage-Linie ungern, muss ich sagen. Also keine Kurse hier unter 350 Hongkong-Dollar in etwa. Da legen wir uns auch mal einen Preisalarm drauf. Da können wir dann grundsätzlich auch mal ein Update nochmal bringen zu Tencent, wenn das Level wirklich brechen sollte. Und dann schauen wir uns das Ganze auch gerne nochmal im Video an. Aber ich muss dazu sagen, ich bin zuversichtlich, dass bei Tencent hier die 50-Tage-Linie halten kann. Und wie gesagt, wenn ihr hier an den Chart sitzt, dann zeichnet euch hier mal im 8-Stunden-Chart diesen Abwärtstrend ein. Und wenn der bricht, haben wir eine schöne Indikation, dass sich die Rallye hier fortsetzen kann. Kommt zu Xiaomi. Aktuelle Marktkapitalisierung. 55 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kurs-Umsatzverhältnis von 0,5. Bei einem erwarteten Kurs-Gewinnverhältnis von 23. Und auch bei Xiaomi zuerst der Wechselkurs. Um die genannten Kurse in Hongkong-Dollar in Euro umrechnen zu können, müsst ihr sie durch 8,4 teilen. Xiaomi schauen wir uns zuerst mal im gesamten Chartverlauf an. Ist eine Aktie, die viele von euch interessiert und auch häufig angefragt wird. Die Aktie hat zuletzt wunderschön das 161er Extension abgeholt. Der Korrektur ist hier perfekt in die Zielzone eingetaucht. Und jetzt ist die große Frage, wir nähern uns jetzt hier der nächsten Zielzone, der Zielzone für einen Nachkauf. Sind hier angekommen an diesem Bereich. Die Frage ist jetzt, halten hier diese 17 Hongkong-Dollar, das war hier der Widerstand im November 23 und Dezember 23. Und das kann jetzt hier zum Support werden. Dann hätten wir Impuls, harte Korrektur, Impuls, Korrektur. Dafür noch ein bisschen tiefer dippen, muss ich ganz klar dazu sagen. Schauen wir uns gleich prozentual noch an, wo hier die absolute Schmerzzone wäre für die Bullen, wo man hier wirklich vorsichtig werden müsste. Aber ich muss dazu sagen, ich halte die aktuelle Korrektur auch bei Xiaomi nochmal für sehr interessant. Das Ganze schauen wir uns jetzt im nächsten Clip im Detail an. Und da sehen wir, dass auch Xiaomi hart zurückkommt hier vom Hoch bereits. Jetzt abkorrigiert um circa 16%. Wir haben hier perfektes 161er Extension gefischt aus dieser Korrektur. Und jetzt sind wir natürlich, nehmen wir mal das Fibonacci der Übersichtlichkeit halber raus, genau. Und dann sehen wir, dass wir jetzt auf dem Weg sind zum 38er Fibonacci. Das ist hier genau der Bereich von diesen 17 Hongkong-Dollar. Und wenn wir das brechen sollten, und das ist dann hier das Schmerz-Szenario, da geht es dann runter in Richtung tiefstens 200-Tage-Linie hier. Gegebenenfalls reicht aber auch schon der Backtest von dem Breakout aus diesem Abwärtstrend. Dann hat Xiaomi nochmal zwischen 8% und potenziell 14% Downside-Potenzial im Verhältnis auch zum Hang Seng Index hier durchaus etwas volatiler aktuell unterwegs. Und dann beobachtet er mal ganz genau die Zone hier zwischen den 17 Hongkong-Dollar und eben letzten Endes dann 16 Hongkong-Dollar. Das wäre dann hier der Backtest. Und tiefstens hier das 61er Fibonacci unter der 200-Tage-Linie. Muss ich aber klar dazu sagen, wollen wir mit der Aktie dann eher nichts zu tun haben. Das hat hier zuletzt, kleiner Tipp drunter, wäre wohl erlaubt, aber das hat hier zuletzt wunderbar als Kaufzeitpunkt funktioniert. 200-Tage-Linie für Xiaomi. Und dann bleiben wir hier übergeordnet in diesem Aufwärtstrend auch aus steigenden Hochs und steigenden Tiefs. 17 Hongkong-Dollar aktueller Support für Xiaomi. Wenn das bricht, dann habt ihr bei der Aktiennummer circa 7, wie gesagt, bis zu 12-14% Downside. Entweder die 16 Hongkong-Dollar oder dann letzten Endes die 15 Hongkong-Dollar. Hier ist dann auch die 200-Tage-Linie. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit.